geht mal euren tagesprogramm so durch zu hause das ist ganz wichtig dass man sein tagesprogramm vor augen hat wie ist es man könnte sonntagsprogramm extra nehmen aber so alltagsprogramm ja es ist wichtig denn wenn wir das irgendwo einbauen wollen müssen wir das genau wissen es kommt nicht wenn ich zeit habe mache ich mal macht niemand mehr irgendwann einmal im monat habe ich dann zeit das läuft nicht da kommt auch wenig bei raus dann jammert man immer nur danach dass ich ja keine zeit habe dafür gibt es immer die leute die wissen sollte ich eigentlich auch schuldgefühle und sowas das passt schon gar nicht mehr ja also mal schauen wie lange könnte ich mir wirklich morgens mal am besten ist ja wirklich morgens nur wer da morgen sehr schon seine sein programm im kopf hat und nicht als denken und tagesablauf ich denke sollte man am abend vorher sie schriftlich oder sonst wie machen dass man den morgen etwas freiheit und nicht dann morgen erst mal mit dem tagesprogramm anfangen ist nur einfach eine organisatorische hilfe dass man morgen sagt so wie viel viertelstunde 20 minuten ich empfehle wenn es geht 20 minuten zu meditieren wenn wir sagen ich brauche jetzt muss unbedingt mein yoga machen teilt euch das mal ein 20 minuten yoga 20 minuten sitzen würde das vielleicht gehen das ist immerhin 40 minuten habe ich die möglichkeit diese zeit mitzunehmen oder nämlich mehr 15 minuten 15 minuten man kann natürlich auch das yoga verlängern aber dann ist man meistens fünf minuten sitzen und das ist ein bisschen zu knapp um wirklich zur ruhe zu kommen also 20 minuten kann man zur ruhe kommen man kann zwar keine meistens keine großen einsichten bekommen aber ruhe mit 20 minuten ja ich kenne leute die grundsätzlich morgens ihre 20 minuten sitzen und sagen das gibt schon so diese ruhe erst mal für den ganzen tag so einigermaßen habe ich das gefühl das ist schon mal richtig yoga ist ja schön man fühlt sich wohler also ich mache manchmal yoga fünf minuten ich mache meinen himmelsleiter ein vorbeugen man drehen ob dann weiß ich habe meinen körper mal angeregt und dann setze ich mich das geht dann für sich ganz gut aber selber schauen was brauche ich wie kann ich es machen ich finde yoga auch sehr schön und tue es auch brauche eine bewegung anregen also yoga übungen im bett schon mal den den bären zu machen ja das ist ja gut und die beine hochwerfen den übungen weil so richtig ja wenn man dann aufsteht da hat man schon eine ganz andere form körperform dann putzt man seine zähne oder was bereitet vor hat sein frühstück schon hergerichtet und jetzt sitze ich noch mal so mache ich das etwa jeder muss es nach seiner form machen wenn man zu zweit ist geht es meistens noch besser und dann dann hat jemand so ein ehepaar die das immer 20 minuten machten und dann waren sie bei eierkimmer so schön wie das war die hatte dann aber gesagt unter einer stunde sitzen wird nichts bringen haben sie es versucht und haben es ganz aufgegeben dann sage ich ein jammer bleibt doch bei euren 20 minuten und nicht diese stunde das ist wer kann die stunde schon sich abbringen das ist oft zu viel wenn man dem ganzen halbe stunde sich ausdenkt geht doch bisschen früher aufstehen oder irgendwas früher ins bett gehen die halbe stunde früher guckt man wie es geht wie kann man dann am tag etwas von meditatives einbringen achtsamkeit heißt das dann achtsam und dieser arzt ja auch die vertiefung macht der stellt sein auto er sagt er kommt ziemlich früh einer klinik an so weit auf dem tag da so weit weg wie es möglich ist dass er dann hingehen muss er geht hin und macht natürlich nicht ganz langsam aber seine gemeditation bis er hinkommt sagt das gönne ich mir und dann komme ich nicht gehetzt an und der gott und gehört sondern ich bin ganz frei nur auf die füße ich gehen 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 ja und dann sagt er wenn er rein kommt er geht dadurch die ambulanz und sagt in der ambulanz das ist die ambulanz krebskranke und so da sieht er die armseligen menschen die unglücklichen da und da in dem moment sagt er mit da mit da er macht sofort da metta er gibt die metta möge es euch wohler gehen möget ihr das möge eure krankheit euch nicht zu viel kummer machen oder so ähnlich einfach nur so einfach nur metta ich habe mitgefühl 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 und dann kommt er sagt er muss von unten rauf dann zum aufzwungen geht rauf er hat es richtig eingesetzt er hat seine gemeditation eingesetzt er hat metta eingesetzt kommt an und ist dann für die sache da die er machen muss ist er konzentriert natürlich auf seine sache leitet eine abteilung also muss er ganz konzentriert sein klar empfehle es immer wenn man eine sache gemacht hat sich ein glas möglichst mit wasser oder mit saft hinzustellen etwas zu suchen wie kann ich meine achtsamkeit stopps machen dass man aufsteht möglichst dahin stellen wo man aufstehen muss nicht dass sie nur so hingreifen sondern aufstehen vielleicht am fenster dass man aus dem fenster schaut und seine drei schlug saft macht dass man ganz weiß achtsam tue ich das jetzt setzt sich wieder hin macht seine arbeit weiter dass man so so richtig mal einschneidende pausen dazwischen ist ganz wichtig dass man nicht so das geht eins nach dem anderen weg mensch muss ja mal auf die toilette gehen kann man auch ganz achtsam machen wie ich jetzt achtsam auf die toilette ganz genau da der buddha sagt es das ist achtsamkeit und wissens klarheit ich tue jetzt das nennt er das wissens klar jetzt das jetzt das jetzt das und dieses achtsam so dabei sein auch bei diesen verrichtungen das hilft einem dass man wieder zu sich kommt wenn schwierigkeiten kommen und man merkt es wird mir zu viel weil dieses ruhig auf einen punkt schauen man kann ja nicht immer die augen zu machen vielleicht leute um mich herum und seine glocke namen sagen ich bin bei mir oder ich so und so karin oder was es ist ich karin bin jetzt hier oder karin zufrieden glücklich oder frei gelassen meine worte und diese glocke muss man üben nicht erst dann wenn schwierig ist wenn ich irgendwo was einkaufe einfach mal stehen bleiben und die glocke machen es sind leute um mich herum die die reden die machen die tun und ich stehe da gucke auch ganz freundlich so in die gegend aber nicht rumgucken sondern möglichst einen punkt suchen und sagt dann ursula zufrieden und glücklich ursula zufrieden und glücklich die welt kann da um mich herum laut sein oder so das das rutscht ab rutscht ab rutscht ab rutscht ab ich bin trotzdem bei mir sich sowas suchen sowas üben 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 damit das funktioniert im notfall und wir kriegen immer notfälle wo wir mal nicht mehr können wo wir mal uns zurücknehmen müssen aber unser unsere zwei worte zwei worte die uns zu uns selbst bringen die immer wieder irgendwie sagen und mit ihnen üben unsere selbstschutzglocke das ist auch manche sagen ja da grenze ich mich ja so ab wir dürfen uns abgrenzen finde ich ganz deutlich ein gutes abgrenzen ist nicht ablehnen ich mag euch nicht sondern ich brauche es für mich das ist was ganz anderes ich weiß dass es mir gut tut und dann letztendlich euch auch gut tut denn wenn ich jetzt ausflippe da hat keiner was davon also dieses gute abgrenzen auch gegen gegen bekannte und sogenannte freunde ich sag mal so genannte die dann immer so schon so aufdringlich werden und die zeit in anspruch nehmen und einen das und das mit einem unbedingt machen wollen und man tut es nur aus so freundlichkeit ach ja und dann denkt man ja meine Güte hast du die ganze zeit damit verklemmert oder sowas da ganz freundlich seid mal ehrlich und sagt na es ist ganz schön aber jetzt nicht oder ich hab was anderes vor ist egal ob ich mich hinlege oder meditiere oder ein buch lese und nicht erklären müssen was man jetzt vor hat das habe ich früher immer gemacht ich muss einen guten Grund haben dass ich jetzt mit denen nicht mitgehe warum denn eigentlich ich darf da was anderes vorhaben dann lüge ich nicht damit wenn ich sage ich hab was anderes vor ne und dann und wenn sie dann nachfragen ja das brauche ich für mich vielleicht sage ich das und nicht vor den Kopf stoßen das wäre nicht mehr da aber so gut man kann manche fühlen sich dadurch beleidigt na gut da kann man auch nichts machen dann ist es auch vielleicht kein so ein guter echter Freund oder Freundin dann macht es auch nichts wenn die dann nicht mehr kommen da muss man ein bisschen auch das sehen dass man ein bisschen sortiert was sind echte Freunde was sind es nicht und der Buddha sagt man soll sich mit niedrigen Menschen nicht einlassen ziehen einen herunter immer wieder man soll sich mit gleichen gleichgesinnten oder besseren zusammentun das heißt so der Freund und da findest du keinen guten Freund sagt er dann gehe allein wie der Elefant im Wald ja so heißt das da wenn ich einen guten Freund finde der mit mir geht um meine Richtung dann sei dankbar und gehe leicht diesen Weg und wenn es keinen guten edlen Freund sagt er edlen Freund gibt dann gehe einsam oder allein wie der Elefant im Wald können wir können wir wie der Elefant im Wald gehen ist gut auch die Kraft haben wir dazu es ist leichter mit einem guten Freund an der Seite oder viele also da schauen wie kriegt man denn gute Freunde die vielleicht mitgehen weil da ist die Sangha eben auch wichtig dass man sieht mit wem man mal zusammen meditiert hat die haben eine ähnliche Einstellung es muss nicht immer das sein es gibt auch zuhause manchmal Leute die gar nicht mit Buddhismus zu tun haben habe aber einen Zugang zu sowas entweder vom christlichen oder auch gar nicht atheistisch genauso gut spielt gar keine Rolle aber die haben Zugang und mit denen sich zusammentun mit denen gehen mit denen die verstehen dann auch wenn sie auch was anderes machen im Grunde wenn man nach Hause kommt von seiner Arbeit finde ich es gut dass man von Arbeit zum Haushalt was ja viele Leute dann haben und gerade Frauen kommen nach Hause und denken schon haben Kinder oder Haushalt oder kochen oder sowas es geht sofort weiter da Arbeit da Haushalt und Männer können das ja auch wenn sie ein Leben müssen auch Haushalt machen oder Kinder oder weil Frauen warten schon ich bin so den ganzen Tag so voll jetzt übernimm du mal die Kinder oder so ne gibt's ja und dann oder man fühlt sich schuldig dass man vielleicht zu müde ist jetzt mit den Kindern was zu spielen oder so Puffer dazwischen Arbeit und Haus zu Hause einen Achtsamkeitspuffer dazwischen und ich rate möglichst einen Spaziergang dazwischen zu machen mit seinem Auto wenn man mit dem Auto fährt irgendwo stehen lassen bei einem kleinen Park oder größeren was immer ist eine Runde drehen und nur in die Bäume schauen und nur irgend so was zu machen oder am See oder was immer da gibt und wenn man keinen Park hat durch eine schöne Straße die man kennt eine Allee da gehe ich mal auf und ab mit der Bahn da steige ich mal aus und nehme die nächste erst ich mache mir diesen Zwischenraum zwischen Arbeit und Haus ich habe das empfunden dass das etwas sehr Gutes ist weil man da das eine gut beendet hat ablegt und das andere wieder neu anfängt und das geht nicht so ohne einen Zwischenraum einfach so über eine Arbeit gegen die andere über das ist nicht richtig zu Ende gebracht nicht richtig angefangen das ist mit dem Zwischenraum gut ich meine es mit dem Spazierengehen man kann es ja vielleicht auch mit Yoga machen man kann es mit mit dem manchigen Fitness Training oder so was machen vielleicht das irgendwas was man meint was da gut ist ich glaube ihr könnt ja selbst Vorschläge machen